also wir haben den grandiosen plan in den grandiosen plan das passiert wenn man afk ist mit uns mein gott wird mir so auf die nerven gehen ok 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 frag mich wenn sie wiederkommen vielleicht ist die pc auch gerade abgestürzt soundkarte überlastet auch bei der händewache schlapp wie lange macht ihr das schon lang genug ist das für ein komisches geräusch ist irgendwas mit meinem pc und dann fiel mir einfach nie das ist die probleme und sie wird dann hier was gesagt so leute so lang